Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Das würde viele Fans sehr freuen. Seit dem 23. November läuft bei dem Streamingportal Netflix ein Ableger des Publikumslieblings Addams Family. Die Serie Wednesday dreht sich um die Tochter der Familie, Wednesday Addams. Sie besucht als Tenagerin die Nevermore Academy, in der ihres Vieles sehr mysteriös vorkommt. Das Finale der ersten Staffel gab den Zuschauern schon viele Erkenntnisse über die düsteren Geheimnisse der Schule, jedoch wäre inhaltlich noch viel Potenzial für eine Fortsetzung da. Den Verantwortlichen zufolge sollen auch weitere Staffeln von Wednesday folgen. Im Gespräch mit Variety verriet einer der zwei Serien-Chefautoren Miles Miller, wie es weitergehen soll. Wir haben E. Freunde und Familie, danke sehr für die Zuschauen, danke.